moin leute zeit euch meine vierte serie vom großen rocket finale zu zeigen wir schreiben sonntag den 9 januar 2022 es ist exakt 20 u 31 und 34 sekunden die serie beginnt und es wird gesetzt das heißt ich habe hier zwei spieler am tisch die sicher genauso wie ich inzwischen schon so ein bisschen gedämpft frustriert sind denn knapp 2000 punkte ja das ist noch im guten mittelfeld des turnieres aber natürlich hat sich sicher jeder vorgestellt nach drei serien ein bisschen weiter vorne zu sein ein bisschen dichter an der chance zu sein hier groß einzusteigen ja und deswegen wird sicher auch hier ein bisschen steiler inzwischen gereizt muss ich mir auch habe ich mir auch vorgenommen muss ich mir vornehmen ja und jetzt trotz alledem erstes spiel hier in vorhand den sieben trümpfer herz nicht bekommen für ein handspiel mit drei fehlkarten in allen drei farben dann natürlich auch nicht unbedingt geeignet spieler eins macht jetzt hier den pikant ich komme immerhin erstmal dazu ihm hier die kreuz 10 abzustechen und überlege ob ich jetzt in meine ganz lange herzbatterie rein greifen soll denke mir dann aber doch dass das vermutlich nicht der volltreffer ist ich möchte die herzvollen natürlich verwimmeln und wenn ich herz öffne dann erlaube ich einen billigen abwurf oder meinem partner mache ich schwer dass er auch einen fehler machen kann so und dann gucken wir mal hin jetzt fange ich an durch zu feuern aber natürlich ist irgendwie so ein bisschen das gefühl dass die karo 10 ist dann nicht in ins ziel bei uns schaffen wird tatsächlich stellt sich gleich raus die karo 10 lag im stock also karo anzufassen war hier nicht super krass falsch oder so ich hätte sie jetzt halt irgendwie haben müssen und noch auch noch schmieren müssen dann wären wir hingekommen so eben nicht so kann man mal 18 sagen mehr auch nicht aber mal gucken was ist los für 18 und erneut ich werde hier kaum in die uhr eingreifen ich wird das kaum anhalten ihr seht das hier unten laufen genau in der geschwindigkeit lief auch das turnier ich finde karo ass ja und jetzt erstes zeichen dafür dass ich mein spiel hier wirklich jetzt umgestellt habe auf die neuen taktischen gegebenheiten wir haben halt schon 60 prozent der des turniers durch und es sind nur noch zwei 24 päckchen wir stehen gerade mal im mittelfeld da muss das risiko erhöht werden also hier ein krank den man sonst vielleicht in der ersten serie auch noch nicht gespielt hätte krieg 21 zu stechen bauern fallen verteilt spiel ist schon gewonnen natürlich mit der herz 10 in der abgabe und bestellter peak 10 schneider sehr schwer vorstellbar wenn überhaupt dann vielleicht wirklich nur mit einer blanken herz 10 denn ansonsten dass ich da irgendwie nur 13 und 15 abgebe das ist unwahrscheinlich ein paar kreuzstiche sind schließlich auch noch drin und die kollegen ahnen ja sicher auch dass ich hier in der peak 10 stehe also das ist jetzt nicht dass die riesen überraschung ich bekomme die 10 ja noch durch aber gewinne trotzdem weit entfernt vom schneider auch hier übrigens wieder stellt sich im nachhinein raus auch ein starker tisch ein sehr guter bekannter von mir hier mit am tisch auf jeden fall auch sehr viel scat erfahrung ist aber in dem feld natürlich auch keine überraschung und letztlich ich bin ein spieler dem der sich an sich eher über ein starkes feld auch immer freut dem das eher zugute kommt weil ich im prinzip passiver reize als die meisten anderen und letztlich die guten spieler neutralisieren sich ein stück weit eben auch gegenseitig ist nicht nur so dass du ein berechenbares spiel hast berechenbare reizung und gegenspiel hast sondern dass auch die sich ein bisschen gegenseitig neutralisieren deswegen komme ich in einem starken feld an sich immer sehr gut zurecht typischerweise liegt mir das besser als wenn ohne na null da geht doch was 7 und 8 peak hat er nicht gut dann greife ich direkt in die herzen wo er seinen ersten abwurf gemacht hat na jetzt haben wir ihn doch oder zack erwischt spieler 3 ja also so gesehen mir liegt an sich ein starkes feld mehr als ein feld wo im wo nicht gesetzt wird wo bei einer wm oder em zum beispiel in einem sehr großen teilnehmerfeld jeder mitmachen konnte und das dann so ein getrommel im freien feld ist wie es das dann immer nenne das ist eben ein bisschen weniger also ich mag hier diese dieses setting ein bisschen lieber was natürlich trotzdem hier ein punkt ist man sieht vorher nicht genau wen habe ich am tisch diese maskierung die verdeckt natürlich auch ein bisschen die erkenntnis wie stark was für leute habe ich hier habe ich hier die absoluten topstars oder vielleicht doch eher jemanden dem ich ein bisschen eine kleine unschärfe auch mal zutraue aber okay das gehört ja auch ein bisschen mit dazu das muss man hier selber rausfinden besser ist man beraten erstmal von auszugehen dass die anderen hier das spiel auch beherrschen so spieler 3 kontert sein null mit dem krank wir haben erstmal alles gegeben hat partner vielleicht noch ein karo buben sieht nicht so aus wo er herz abwirft sieht es ehrlich gesagt nicht so aus nee 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 spieler a3 hat einfach durchgezogen hat den krank schneider gewonnen da waren nur die beiden stiche für uns zu holen erneut 18 kann man ja mal sagen ich bekomme ich finde karo ass das ist ganz gut ja was machen wir jetzt draußen was machen wir daraus 24 in karo plus zwei bilder pflicht bilder in herz und piek 8 14 28 und 24 stehen wir bei 52 kreuz dame können wir drücken sogar bei 55 ja wo kommt der rest her könnte noch piek bube drücken wenn wir schon mal 57 aber irgendwas muss noch herkommen also der krank ist mir dann gerade ohne kreuz ass zehn könig und wo drei buben fehlen auch zu wild ich hoffe jetzt dass ich einfach die genannten karten alle durchbekommen auf 55 und dann muss einfach der piek bube noch den stich machen mit entweder zwei buben oder mindestens ein trumpf könig so bisher läuft alles und manchmal kriegst ja guck mal hier habe ich schon ein auge extra das hilft aber nicht viel gut jetzt ich brauche immer noch entweder zwei buben oder ein könig trumpf dame wird zwar jetzt auch reichen damit habe ich ja gedrückt also mit 61 werde ich das spiel wahrscheinlich nicht gewinnen sondern wenn dann mindestens mit 62 ja aber ich brauche natürlich noch den den piek buben stich ne der muss noch laufen und das gefällt mir natürlich erst mal richtig gut spieler drei ja was hat er denn da pik hatte ich doch jetzt gar nicht gedrückt da hat er sich doch eine pik dusche aber er hatte irgendwie den könig verpasst war aber auch egal ob er die zehn da spielt oder den könig wenn ich in hinterhand schön bleibe und mir das aussuchen kann dann hätten mir ja wie gesagt auch schon jetzt drei augen gereicht um den sack zuzumachen so wo sind wir gelandet bei 70 augen gut solche spiele die müssen dann natürlich auch funktionieren so und was ist jetzt hier kriegen wir ein bisschen momentum auch wieder ein ansatz kreuz mit 2 können wir reizen also 33 sag ich mal auf jeden fall kreuz oder pik dann haben wir uns halten uns das noch so ein bisschen offen wir kriegen es für 18 und für 18 wird es natürlich ehrlich gesagt besser finden zwei luschen nicht mal der sechste trumpf gut ist das spiel ist ganz manierlich mit pik 10 im keller aber es hat natürlich ohne trump voll ist auch absolut seine risiken und wo herz aufkommt bin ich an sich schon gezwungen zweimal von oben zu ziehen nicht dass mir da die herz 10 noch abhanden kommt beim gleichmäßigen trump stand ja und dann hier natürlich glück trump steht tatsächlich drei zu drei wenn jetzt trump zuviert steht mit beiden vollen dann kann die geschichte auch schon wieder schnell übel ausgehen auf die beiden trump vollen können karoas und 10 verladen werden naja da brauchen wir nicht drüber reden 42 pik noch zwei stiche drin herz noch ein stich drin aber trump stand 33 wir kommen hier also gut hin und jetzt ging es sogar um schneider und da hat jetzt spieler 3 leider muss man sagen eben wieder gut aufgepasst ich hatte wenn er jetzt den pik könig rausnimmt dann macht die dame noch den stich und dann habe ich glaube ich 91 aber spieler 3 wie gesagt plötzlich hier den fuchs ausgepackt den könig gehalten und mir damit den schneider ruiniert war natürlich jetzt auch ganz recht offensichtlich so was haben wir denn hier ass 10 ass 10 ass und eine bestellte 10 sechs volle in vorhand und sowieso ein bisschen das momentum gerade zwei gewonnen und jetzt ist doch der moment das ist so ein entscheidungsspiel ich sag mal ich in dieser situation will das auch gerne haben jetzt haben wir eine hohe reizung das ist gefährlicher was reizt da vielleicht reizt da nur wer vielleicht hat er einen pik faul jetzt passt da auf 45 nicht super cool aber was soll's findung okay ist jetzt nicht überraschend so viele gute karten gibt es ja an sich gar nicht na herz ass wäre so eine bube ist schon fast auch wieder schade weil er das spiel billig macht natürlich nimmt auch das risiko raus ja jetzt hat was heißt die 45 nimmt man die jetzt super ernst oder sagt man naja der hat vielleicht auch gemerkt er kommt nicht ran für nur wer gut nur wer wo ich jetzt sieben finde auch nicht mehr wahrscheinlich aber letztlich alles egal es ist ja nicht mehr zu ändern ich komme habe ja sowieso jetzt ein teures spiel selber null wer jetzt irgendwie hinzulegen und quasi direkt aufzugeben kommt auch nicht in frage die frage ist ob man jetzt hier den herz ohne fünf spielt ein bisschen vielleicht schon jetzt sagt man versucht das risiko wieder runter zu fahren aber letztlich muss man sagen das ist natürlich so ein all in spiel im moment stehen wir so im turnier mittelfeld da gibt es so irgendwo weiß ich nicht 400 euro zu gewinnen 600 euro wenn du noch ein bisschen nach vorne kommst auch 800 tausend euro aber ganz oben da gibt es fünfstellige summen und nach unten kannst du sowieso nur weich fallen auf 200 euro also es ist definitiv hier risiko finde ich die richtige aktion und deswegen habe ich mich jetzt auch entschlossen kommen sei es drum da muss einfach jetzt ich drücke 20 es müssen die vier vollen einfach laufen die reizung ignorieren wir weitestgehend zack da kommt der karo bube scheiße und ärgern und da kommt der herz bube und spieler drei hat tatsächlich karo hand mit dreien gereizt mit drei karo drei obere buben ja und jetzt sind wir natürlich aufgeflogen haben 25 ja wir haben noch ein piekstich in der in der hand selbst wenn wir jetzt auf die zehn schneiden dann kommen auf sechs es reicht halt einfach nicht wir kommen im leben nicht hin und im übrigen spieler drei hat wahrscheinlich den könig dame das sieht so aus als ob er danach sonst auch einfach den buben oder den karo könig ziehen kann um die zehn dann zu retten so und so ist es auch jetzt kommt natürlich kreuz und ende der vorstellung spieler drei sitzt jetzt hinten kann noch abtragen jetzt kommt was witziges spieler drei sieht natürlich an aufgrund karo zehn dass das erst gedrückt ist sticht seinem eigenen partner hier das ding ab und das witzige ist jetzt wenn ihr euch dieses endspiel jetzt anschaut ich habe jetzt natürlich chancenlos verloren aber wenn ich jetzt die 45er reizung wirklich mit dem röntgenblick auf diese goldfrage lege und sage okay das ist der karo hand mit dreien und mir jetzt noch diesen spielverlauf vorstellt dass spieler drei jetzt seinem partner da den kreuzstich absticht hat ich jetzt plötzlich ein siegweg auf 61 wenn ich 14 augen herz gedrückt hätte 14 augen herz gedrückt kreuz ass läuft durch 25 kreuz karo zehn wird gestochen kreuz zehn wird gestochen piek nämlich raus dame könig ass auf 43 und dann habe ich jetzt plötzlich hier an die in diesem stich das karo ass noch in der hand auf 58 und die karo dame auf 61 anstelle des herzkönigs also das ist dann natürlich mal wieder so der treppenwitz das hier tatsächlich gegen diese krasse verteilung mit so einer glaskugel sogar sieg drin gewesen wäre also schon ein bisschen merkwürdig dass spieler drei da diese ganz kleine tür aufmacht aber so ein anschiss ist natürlich auch super selten ja also ich würde sagen wir sind im prinzip geplatzt gang ohne vieren versucht wir wollten noch nach ganz oben angreifen von der ja von der begründung von der logik ist das finde ich auch in ordnung also da grehme ich mich hinterher nicht so sehr drüber in der retrospektive kannst du immer sagen ja da war eine hohe reizung du hast nur drei asse bist ja selber schuld aber wie gesagt wenn man mit bedenkt dass hier nicht mehr so viele spiele sind und letztlich irgendwann musst du dich entscheiden ob du ein bisschen an dem gashebel noch rüttelst oder nicht ob du ein bisschen versuchst auch mehr aus der karte rauszuholen als dir vielleicht zusteht also ob du sprich das risiko erhöhst und auch damit die varianz natürlich erhöhst und wenn du halt bei so einem turnier wo es sowas so ein großes preis gilt oben gibt die chance ergreifen willst dann musst du und ist bisher so schlecht oder so durchschnittlich erst gelaufen ist dann musst du halt irgendwann das risiko erhöhen um diese varianz zu erhöhen du willst genau diese spiele also ich will genau diese spiele es war ja eine chance hier 120 zu machen gut nun sind wir geplatzt nun würde ich sagen kleine brötchen backen gucken dass wir hier fair und korrekt weiterspielen jetzt erst mal fünf dagegen und wir sehen auch es ist nur vier trümpfer von spieler drei so mein partner wechselt die farbe gefällt mir gut oho oho spieler drei hat geht hier in den schnitt der hat glaube ich ein problem und inzwischen durch mir das ist vielleicht gar nicht mal der vier trümpfer mein partner hat vielleicht noch einen trumpf das wollen wir doch jetzt mal schau einer an das wollen doch jetzt mal überprüfen jetzt fliegt noch der herzkönig also das ding ist spieler drei jetzt natürlich durch diese peak vier zu eins verteilung karo drei zu eins verteilung vollständig jetzt aus der kurve geflogen wir haben übrigens hier schon rest wenn ich jetzt karo dusche noch abschmeiß war aber ja alles so ein bisschen bumpe habe ich hier vielleicht auch ein bisschen lax gespielt letztlich spieler drei hatte 20 im keller und mit karo ass 31 liegen hier macht er jetzt noch den stich auf 34 also ich würde sagen hier sind gleichzeitig zwei träume irgendwie geplatzt sowohl bei mir ein teures spiel als auch bei spieler 3 ja gucken wir wie es weitergeht spieler 1 der noch gar nicht so oft sich in szene gesetzen konnte ist jetzt auch mal wieder dran so dann würde ich sagen komme ich hier auf jeden fall zum überstich kann jetzt die stechfarbe anvisieren frage ist nützt das was es nützt wohl wenig denn pick pick ist zu stark als zehn könig in der beikarte das können wir natürlich nicht torpedieren ja ein pick zehn wahrscheinlich hätte mindestens mein partner schon haben müssen dann wäre es glaube ich schwer geworden so auch hier man kann ja mal 18 halten man kann ja mal 20 halten ja ehrlich gesagt logisch ich bin hier offenbar jetzt schon bereit das ding auch weiter zu treiben mindestens bis 30 also peak zu spielen oder kreuz das war hier der plan zumindest auch kein herz ohne zwei zuzulassen ja spoiler schon mal ich habe es mir natürlich alles schon so ein bisschen angeschaut ich hätte hier zwei kreuzen gefunden sieht erstmal aus wie zwei goldene uhren und hätte diesen siebentrümpfer dann genaht denn los ohne chance verblasen spieler 1 hat hätte vier alle vier dagegen gehabt und spieler 3 hat volle ohne ende also gut dass ich nicht rangekommen bin so viel hier schon mal vorweg krank wäre natürlich auch nicht gegangen kreuz 10 bestellt bei spieler 1 und die beiden buben so ein spieler 3 macht den peak kreuz hat er erstmal gestochen mein partner überlegt sieht hier schön den herz buben alles klar damit ist es nun fünf trümpfer spieler drei auch nur noch zwei trumpf und er bietet auch nicht kreuz erst an ja und jetzt habe ich natürlich abzucht habe ich nur darauf gewartet jetzt kann ich die trumpf vollen einsacken und dann mit kreuz weitermachen ja also auch das war jetzt und warum hat spieler 3 das in karo zugelassen ja er hatte auch in karo keine beikarte es zeigte sich im nachgang er hat gereizten fünf trümpfer mit herz as zehn dame an der seite und hat auch zweimal schrott gefunden und dann wurde er hier natürlich erneut massakriert also 36 augen ein ohne fünf ein ohne vieren verloren ja es tat genauso wie würde ich sagen in der summe vielleicht noch ein bisschen mehr als mein krank ohne vier also jetzt ist es endgültig amtlich spieler zwei und spieler drei also meine wenigkeit und der kollege den ich übrigens sehr gut kenne haben sich hier aus dem rennen ein stück weit rausgenommen und freiwilligerweise muss man sagen show must go on der pikant sieht natürlich von meiner karte aus überhaupt nicht angreifbar aus schon gar nicht nach dem ersten stich jetzt bekommt er da die karo zehn noch hoch gespielt damit ist ja wohl endgültig alles klar wir sind jetzt hier schon dabei zwei augen zu sparen und da guck an also so richtig dolle war der vielleicht jetzt auch nicht unbedingt muss man sagen herz dame bestellte karo zehn aber letztlich pik 10 ist im stock und deswegen wurde das spiel natürlich auch jetzt nach dem nach der günstigen trump verteilung und nach dem karo zehn hoch gespielt wurde ganz ganz lässig gewonnen ja was man auch so ein bisschen sieht hier ist zieht sich ein bisschen länger da wie gesagt ich macht nichts an der an den zeiten es läuft genauso wie das im live studier auch also wie das live gelaufen ist von der geschwindigkeit kann man sehen in einem zweiten tisch da waren wir glaube ich nach 20 minuten schon so ungefähr durch hier sind wir gerade mal jetzt mal bei der hälfte einfach die überlegungs pausen da größer sind alles vielleicht ein bisschen sorgfältiger gewogen wird vielleicht auch ein bisschen mehr nervosität drin ist ich weiß es nicht jedenfalls hier geht's ab so und jetzt wir sind spiel zwölf ich bin bereit wirklich jetzt schon einiges herz zu riskieren ihr seht es spieler drei der hat ja auch viel gereizt das muss man sagen das heißt habe ich schon gemerkt da muss ich auch nicht jede reizung super seriös nehmen trotzdem ist natürlich mit jeder reizung die ich hier halte steigt das risiko natürlich immens denn bei meinem herz ohne fünf die chance sich zu überkaufen mit einem der drei oberen buben ist natürlich gegeben und wenn ich eben nicht gut finde ich muss ja trotzdem gut finden dann verliere ich das spiel einfach über meine abgabestiche so und jetzt habe ich doch wohl irgendwie alles richtig gemacht oder kreuz aszen gefunden also traumfindung nicht überkauft stattdessen die beikarte richtig gut verstärkt auch offensichtlich was ich drücke jetzt kommt karo 7 und ich bin da ganz kurz am schwimmen sollst du jetzt wo auch noch eine reizung von 36 ist hat vielleicht vorhin mal blank aufgemacht sollst du jetzt schnippeln und damit dieses spiel riskieren dass wir doch wahnsinn das muss doch an sich so reichen also rausnehmen erst mal trumpf spielen ja und jetzt guckt mal was jetzt passiert 11 13 20 und jetzt kommt hier plötzlich der zwei trümpfer zum überstich was ich ja jetzt auch nicht verhindern kann auf die karo 10 auf 32 ja und wenn jetzt plötzlich noch guckt mal her jetzt kann man schon rechnen 43 45 ich muss trümpft da mal abgeben wenn jetzt pik 10 hinten bei spieler drei sitzt dann verdiene ich das ding mit 60 stellt euch das mal vor stellt euch das mal vor dieser dieses riesen spiel weil der zwei trümpfer zum überstich kommt und pik 10 sitzt zum glück vor mir halleluja nur im ersten stich hatte ich hier die chance das anders zu machen dann gehe ich auf eine andere weise in risiko ein also da bin ich jetzt gerade noch mal richtig ins schwitzen gekommen bei diesem spiel verlauf ja gut es gibt also nicht nur schlechte nachrichten es gibt manchmal dann auch hinten raus die guten nachrichten pik 10 saß zum glück in der richtigen hand aus meiner sicht stechfarbe sofort identifiziert das doch erfreulich gehen wir in die in das nächste dorf denn schließlich muss ich ja irgendwo auch die stiche machen um pik assheim zu bringen ich hatte gehofft auf karo ass zu dritt bei spieler drei das hat jetzt gar nicht hingehauen da dann schönen saftigen stich eingesammelt spieler eins hat natürlich gehofft dass ich jetzt karo blank aufgemacht hat hat geschnippelt wo schon kein peak da war das aber sicher auch in ordnung so gesehen gut jetzt kommt noch die blanke herz 10 on top und plötzlich wurde das spiel jetzt ganz ganz leicht gewonnen tja dann ist irgendwie auch schon wieder so ein bisschen die luft raus aus der karte man kann es nicht anders sagen die luft ist so ein bisschen raus und in solchen situationen muss sich eine weitere tugend des skat spielers muss durchklingen geduld 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 du willst jetzt an sich hier wenn du diesen gang ohne vier verloren hast wenn du jetzt in solche wilden gemüse karten schaust du willst an sich dass es nur noch schnell vorangeht die serie zu einem ende kommt und dann hast du plötzlich hier diese spieler die einfach sehr lange brauchen so und was ist das jetzt schwere aufgabe für mich peak 10 oder sie oben oder nicht also da reinstechen kommt irgendwie für mich nicht so ins frage jetzt habe ich abgeworfen gut und jetzt habe ich aber nicht die herzen geschmiert war die einzige chance für mich die herzen unterzubringen andererseits wäre dann jetzt natürlich eben auch der herzkönig nicht abgeworfen worden das ist klar wenn ich auf peak dame die herzen versenkt dann braucht er den herzkönig nicht abschmeißen ja peak 10 oben hat herzkönig noch gedrückt dass er auf dem ass blank steht und der peak 10 zu dritt dann hätte er noch leichter gewonnen aber letztlich ja wer von euch tut da auf diese peak dame jetzt die herzen rein das wäre auch schon ganz schön heftiger stich dann nimmt er die 10 raus und du stehst also auch da wie irgendwas also gut gedrückt oder richtig gedrückt glücklich gelaufen spieler drei konnte gegen vier trumpf gewinnen ich schaue jetzt hier in vier damen ein könig natürlich sind noch weitere bilder dabei aber nicht genug um das ding irgendwie nur in meinem sinne zu verschönern das blatt im gegenteil die beiden büblis die lachen dann noch so das ist schon so sieben bilder challenge gut 8 9 10 bilder challenges sind noch heftiger aber auch das ist schon hier irgendwie ein anblick von dem ich mir vorstelle ein sack voll bilder beim pokern macht wahrscheinlich dann doch einfach mehr spaß als beim skat so vier haben wir dagegen also nicht die flinte zu früh ins korn schmeißen mein partner lichten ass auf den tisch natürlich denken wir dass es kurz ist natürlich nutzen wir die chance den könig den sticht mit dem könig den stich zu beschweren wir wollen ja sowieso nicht dass der gestochen wird wir haben gehofft dass der natürlich bedient wird dann hätten wir hier vielleicht eine gute chance gesehen so wird es wahrscheinlich schon schwer so wir nehmen mal mit um jetzt weitere gegenmaßnahmen zu zünden um eine neue farbe von aus der mittelhand oder den spiel in mittelhand zu nehmen eine neue farbe zu öffnen aber das beeindruckt ihn jetzt hier nicht sonderlich ne herz hat er auch ass und zehn jetzt konnte ich zwar her zehn stechen aber jetzt müssen wir doch mal gucken ob in karo noch irgendwo eine schwäche war ich habe gehofft natürlich auf karo rüber zu spielen um dann auf dem herz könig stich die karo dame zu legen nichts davon passiert sollen wir jetzt die vier augen stechen mit unseren ehemals vier trümpfen ich glaube wenn ich ehrlich bin nachdem ich da herz ass gesehen habe mit der dame lief es durch karo ass lief durch und pik ass könig wohl mit dem trump ass gestochen herz könig stich auch noch da sieht einfach nicht super realistisch aus dass wir hier das spiel noch gewinnen können vielleicht mal noch die karo stich dann noch ein trump stich aber wahrscheinlich macht der spieler den sack hier einfach schon zugemacht in dem moment wo pik zehn gedrückt ist ist der sack sowieso zu und jetzt erstaunlicherweise muss man sagen dass er karo zehn noch hat da habe ich natürlich nicht mit gerechnet weil dann hätte er vorher als könig auch karo zehn ziehen können so gesehen wenn ich da eben drei augen abwerf kann ich die karo zehn noch stechen letztlich war aber auch das wieder nicht von relevanz denn wenn ich da abschmeiße hat der spieler das spiel dann auch schon gewonnen also da hat er einfach einfach nur noch ein bisschen sein risiko minimiert denn das auf den herz könig abgeworfen wird das war aus allein spielersicht wohl wahrscheinlich jedenfalls die chance größer als das karo jetzt auch verteilt lief tja spiel 16 was sagt man da arschlecken langsam die erwartungshaltung runterfahren sieht nicht so aus als ob wir hier in diesem rocket ganz nach vorne kommen es waren vielleicht dann auch das eine oder andere unglück zu viel auf die kurze distanz das war so ging es ja los in der zweiten serie mit zwei spielen die man an sich so 80 90 prozent gewinnt auch bei kleiner reizung jeweils und dann in der dritten serie einmal bei 18 gehalten auch den siebentrümpfer gegen viertrumpf jetzt in dieser serie sechs volle der grein geht nicht weil sowohl kreuz zehn als auch karo zehn direkt auf stich stehen ja das war dann vielleicht für die distanz ein bisschen unglück zu viel ja und jetzt sind wir hier wirklich in den niederungen des skates und kämpfen uns durch bilder und andere kraut und rüben karten so durch nun gut ich lasse euch hier ein bisschen mitleiden ihr wolltet es ja nicht anders haben und natürlich gehört auch dazu zugegebenermaßen also am sonntag live in dieser situation war meine laune glaube ich schon nicht mehr ganz so rosig obwohl ich ja immer gerne behaupte schlechte karten können meiner laune nicht so viel an machen an haben aber das gefühl selber schlechte entscheidungen zu treffen das kann meine laune schon recht maßgeblich beeinflussen und natürlich denkst du dann auch darüber nach soll ich da diese 45 halten hätte ich nicht vielleicht den doch wieder bei 40 passen sollen oder 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 natürlich kommen diese gedanken auch wenn ich in der retrospektive sage doch komm das war kein problem den kann man reizen muss man vielleicht sogar reizen ging halt nicht gut so und jetzt zieht sich die serie so ein bisschen tut mir jetzt auch ein bisschen leid habe hier aber auch nicht den bedarf gehabt im vorwege noch eine stunde schnitt zu investieren um hier lücken rauszuschneiden war auch mir gar nicht bewusst dass das sich jetzt hier so ein bisschen wie kaugummi gezogen hat aber ihr seht es es war und ist offensichtlich so muss man dann eben auch durch also ihr nehmt alles mit nicht nur die schlechten karten nicht nur die teuren minuspunkte sondern auch so eine serie die sich dann mal anders als die anderen serien so zieht geht hier also nicht darum mir irgendwie paar youtube extra minuten zu schinden weiß ich auch übrigens sowieso gar nicht ob und wie viel das bringt ob jetzt das video glaube ich 30 oder 40 minuten lang ist macht glaube ich gar nicht den unterschied also stark du musst sein wenn du spielen willst skat spiel 16 4 zu 1 minus 72 spielaugen drei asse und vier trümpfe ab geht sie die post endlich mal wieder was gesehen zwar auch wieder vier bilder aber den peak den können wir mal ein bisschen treiben wir müssen jetzt das glück erzwingen irgendwie irgendwo irgendwann 40 hat er 44 ja gut hat er auch irgendwann musst du dann natürlich auch einsehen dass es vielleicht doch nicht so eine gute idee ist 44 war an sich korrekt gepasst karo bube lacht drin ich hätte übrigens trotzdem ein schweres spiel gehabt sieht man ja auch dann hätte ich fünf trümpfe ohne drei drei asse zwar aber kein trumpf vollen in der kontrolle trumpf hätte vier zu zwei gestanden bei meinem peak also ich glaube den hätte ich nicht gewonnen und wenn ich noch ein auge höher gereizt hätte hätte ich mich mit karo bube sogar tot gefunden jetzt sehen wir einen krank von spieler drei der war natürlich mit karo bube hat er sich natürlich auch entsprechend gut verstärkt zum krank mit vieren gut muss man sagen er auch hoch verdient da hat er mich zwar überholt was ich jetzt gerade erst sehe mensch der hat mich überholt aber das glück war ihm bisher ja auch nicht unbedingt holt so vier asse zwei zehner krank ohne vier zweiter versuch gegenreizung wo kommt diese gegenreizung her die macht einen dann ja immer schon wieder so ein bisschen unruhig warum was muss da für eine karte sein dass noch einer 22 reizt irgendwie so drei bauern fünf piken oder so dann weißt du schon was die stunde für den krank geschlagen hat trotzdem irgendwie an tagen wie diesen trotz der gegenreizung weiß ich nicht hätte ich irgendwie gerne auf den buben verzichtet aus irgendeinem grund weil das ja dann doch jetzt irgendwie der billigmacher ist gut andererseits befähigt mich das jetzt die vollen irgendwie alle oben zu halten nach dem motto da werde ich ja wohl mit dem alten schon hinkommen fünf peaks sind offenbar auch nicht hinten höchstens vier mal gucken hat er die drei buben tatsächlich aber er hat auch nur drei piken also vorhand wirft noch ein pick up ja nur wird er sicher noch irgendwo guck mal an herz ist er frei also mein gang ohne vier der wäre auch wieder ziemlich heikel geworden war so gesehen vielleicht schon gar nicht so eine schlechte geschichte dass ich hier den kreuzbum gefunden habe so in diesem fall noch den einschub in piek bekomme ich auch noch hinten selbst wenn er jetzt zwei kreuzen hat aber er hat tatsächlich selber aus seiner eigenen zehn gespielt wie ich das auch vermutet habe und spieler eins hat die drei kreuzen gehabt konnte deswegen auch kein karo weiterspielen so also mal im 18 spiel ein gerangen gewonnen immerhin sechs spielchen noch tja mittelhand sagt 18 das vielleicht eine karte wenn du angepasst wirst dann kannst du mal reingreifen aber wenn du schon 18 hörst aus mittelhand so drei trumpf dagegen wir hauen mal wieder auf den putz mit dem piek ass wir wollten es wissen und wir haben uns eine information gekauft er hat kein piek 13 augen liegen gucken wir mal was das für ein spiel ist okay da ist auch trumpf ass weg das wird wohl eher deutet eher auf den sechstrümpfer hin sonst hätte er sehr wahrscheinlich im ersten stich schon das trumpf ass verstochen beim fünftrümpfer würdest du auf jeden fall das trumpf ass schon retten beim sechstrümpfer hast du vielleicht am anfang nochmal kurz die idee dass du damit auch einen stich machen willst stichst erstmal nur mit dem könig ziehst erstmal und stichst später so da ist piek 10 auch weg also jetzt kommt doch irgendwo die die schwäche was ist es herz zu dritt alles klar ja trumpf 7 ist blödsinn an sich muss kreuz 10 an sich spielen aber es ist natürlich auch nicht wahrscheinlich wahrscheinlich hat er herzkönig noch kreuz ass und den höchsten trumpf da machen wir ohnehin nichts mehr denn sonst hätte er sehr wahrscheinlich einfach auf eine piek zwischendurch abgeworfen die blanke kreuz ne deswegen muss er an sich kreuz ass haben also so gesehen alles klar wir sind raus es war alles ganz egal kreuz ass im skat naja naja hätten wir vielleicht auch irgendwie so ein spiel zusammen bekommen so was sehen wir hier vier asse aber keine 10 spiel 20 34 minuten gespielt krang ohne vier der dritte versuch der erste wurde verloren beim zweiten nach der kreuz bube was passiert jetzt wieder eine reizung gefährlich natürlich ja wir können sieben augen drücken wir haben zwei pflicht bilder in piek das heißt wir stehen auf 58 wenn die vier asse laufen ein bild muss irgendwo noch her kommen ja geht los ne mal gucken gut ehrlich gesagt traumaufschlag ist piek jetzt auch nicht weil ich mich jetzt nachdem ich raus genommen habe natürlich entscheiden muss ne wenn ich piek raus spiele wieder dann kann blanke abgeworfen werden wenn ich jetzt einfach die drei asse ziehe und kriege überall nur luschen dann haben wir halt die berühmten 58 also gar nicht so leicht andererseits was weiß ich wenn herz oder karo auf den tisch kommt muss ich mich auch im ersten stich schon entscheiden ob ich schnippel oder nicht also traumaufschlag wäre irgendwas mit piek 10 gewesen oder gleich kreuz lusche bild ne ja was spielt ihr jetzt wie setzt ihr das spiel fort ich meine in herz und in karo ist die chance recht gering bilder zu schnappen dafür habe ich da die chance zu schnippeln ich gucke also was im kreuz passiert und wenn ich jetzt hier zwei luschen bekommen hätte dann hätte ich kreuz wieder raus gespielt in der offenen kreuz steht glatt und ich kriege hinten raus noch in herz oder karo meinen schnitt erfolgreich hin weil dann geht es nicht anders so bekomme ich den könig da ist das eine extra bild jetzt brauche ich nur noch meine beiden asse die müssen doch laufen das muss doch jetzt funktionieren einmal krank ohne vier jetzt doch gewonnen ja und führung am tisch führung am tisch ist natürlich nicht viel wert bei den wenigen punkten aber immerhin immerhin sind wir schon trotz des verlorenen krank ohne vier wieder so einigermaßen in einem durchschnittlichen ergebniskurs unterwegs so was dieses spiel interessant macht ist natürlich die reizung meines partners ne der hat irgendwie auch was plus er wird ja auch den kreuzbuben haben ne das ist das spiel mit schneider ist es eher unwahrscheinlich ok wir machen 18 augen ich habe den siebten herz herzen bei bestellt beim allein spieler eine eröffnung mit der denke ich beide seiten irgendwie jetzt erstmal leben können ne 18 augen für uns 10 für den spieler hat seine 10 durchbekommen ok herz stand halt 3 zu 2 ich werde aber irgendwann mit der herzluge noch druck machen können nach überlegung pik ass zwischenzug das deutet ja pik ass zwischenzug deutet ja irgendwo auf dem fünf trümpfer hin gut er kann auch wegen der offensichtlich kommenden herzluge der siebte herz ist ja noch unterwegs kann er auch den zwischenzug mal machen aber trotz alledem beim sechstrümpfer kommt dieser zwischenzug eher nicht so pik dame damit würde ich sagen alles klar hat herz 10 könig an der seite und vier pik wahrscheinlich pik 10 dann gedrückt und hat halt jetzt auch kein pik mehr ne so ich nehme rüber und öffne von hier kreuz dass er ins leere stechen muss mein partner noch den höchsten buben und drei kreuz ass zu dritt das ist denke ich recht offenkundig so ja da müsste mein partner jetzt muss auch kurz über die karte hoffentlich durchdenken und dann muss an sich jetzt kreuz ass natürlich rein da kann ich stechen und ab kreuz 10 noch für den alten und spieler 3 ich weiß jetzt nicht er hat jetzt ins leere gestochen er wird natürlich dann auch gleich noch ein stich kreuz bekommen aber vielleicht hätte er trotz alledem eben auf die lusche abwerfen sollen auf diesen trumpf 1 1 und kreuz 2 3 stand gehen sollen weil dann hätte er auf jeden fall einen kreuz vollen nämlich meine kreuz 10 bekommen jetzt hat er einmal ins leere gestochen jetzt hier noch neun augen bekommen und da verliert er diesen karo mit 57 gut 40 augen die ja auch recht wichtig sind und jetzt nochmal ass 10 ass ass herz bube der nächste ansatz die nächste chance ziehe ich diese serie doch noch so einigermaßen an land wird das nochmal mein spiel ein gewinnspiel jedenfalls spieler 1 der bisher noch nicht aufgefallen ist durch viele reizungen möchte auch mal mitmachen naja wieder zwei luschen gefunden nicht so richtig dolle ist also definitiv hat es sich nicht zum krank entwickelt in mittelhand wird man oder hinteren wird man vielleicht eher den kreuz spielen um die vollen zu verstechen beide in vorhand hast du das tempo reicht das vom tempo meistens da spielen wir dann den fünftrumpfer herz so wahrscheinlich vier dagegen bei spieler 3 mindestens vielleicht sogar 5 herz 10 noch nicht gefallen also auch gleich wieder gleich wird es hier wieder irgendwie ein bisschen haarig beim ersten mal möchte ich aber noch nicht abwerfen da ist auch ein bild dabei das bild nehmen wir erst nochmal mit und gucken erst mal sind es fünf trumpf dann kann es richtig schwer werden oder ist noch eine lusche bei spieler 1 es ist noch eine lusche das ist gut ich würde sagen dann sollten wir das spiel üblicherweise auch gewinnen vier trümpfe bei spieler 3 die können wir natürlich vertragen kreuzkarobube hat er noch aber es sind ja auch ich meine das ist die kleine schwäche noch zusätzlich in dem spiel dass ich kein stück karo gedrückt habe dass also sieben unterwegs waren zwei sind schon raus aber wenn die 4 3 stehen dann ist immer noch eine Übergabe selbst nach dem zweiten karo stich also das ist hier so ein bisschen die achillesferse na ihr seht spieler 3 überlegt jetzt auch wieder lange wahrscheinlich überlegt er ob er jetzt schon vielleicht trumpf zieht ob er mich schon einspielt und hofft dass ich nochmal dusselig genug bin trumpf zu spielen aber wenn jetzt natürlich peak irgendwie kommt dann würde ich danach natürlich den gang über die dörfer antreten und jetzt kommt karo ja aber vier augen jetzt ist mir dann doch zu wenig wie gesagt da kann noch immer eine Übergabe stehen bleiben da beiß ich also nicht an so jetzt ins peak rein und über die dörfer und hier interessante konstellation sieht man also wirklich selten jetzt hat der spieler mit den vier trümpfen auch die drei kreuzen jetzt ist also alles klar spieler 3 hat offensichtlich noch die beiden trümpfe und den kreuzkönig bestellt hat er also nur karo könig lusche fünfmal karo bei spieler 1 jetzt kann ich es mir überlegen ich kann kreuz 10 ziehen dann macht er den königstich und ich mache mit herzbuben hinten raus noch den karobuben stich vier augen oder ich kann trumpf spielen dann kriege ich die vier augen über den kreuzkönig gut und da kriege ich dann allerdings auch noch die kreuzdame mit dabei so gesehen spielen wir es jetzt so rum spielen in den trumpf ein und lassen ihn dann selber mit kreuz lusche könig an kommen hinten raus haben wir sowieso eben einen extra stich diese gabel sieht so ein bisschen schöner aus gewonnen war das spiel jetzt aber ohnehin zappalot das dauert aber ja du dauert wirklich ein bisschen wie kaugummi zieht sich diese serie war ganz egal ob er karo bube zuerst spielt den könig oder die neun das war ja alles egal ich kriege übrigens ja da waren noch so viele volle beim spieler 1 dass ich davon auch noch einen bekomme zwangsläufig ja und damit kann ich natürlich mich erstmal wieder zur ruhe legen das wird jetzt nichts 24 von meinem partner ich meine ich habe nicht ein vollen die einzige kleine hoffnung dass hier irgendwas gehen könnte ist diese 24 reizung von meinem partner der hat vielleicht ein paar kreuzen das sticht der karo 10 also mal gucken mal gucken man muss neugierig und gespannt bleiben so gelangen offenbar ohne 2 auch nicht die riesen überraschung jetzt bei den ganzen vollen die fehlen sechs augen für uns ich sehe jetzt nicht die riesen chance bei uns 21 oh pik 10 gedrückt offenbar 24 24 oho mein partner hat ja auch noch noch ein zweites 39 er hat 10 auch gedrückt er hat 20 gedrückt er hat 20 gedrückt und er hat jetzt kreuz 10 da stehen und ich habe die ganzen karos hoch karo 10 blank bei meinem partner ja das war ja auch ein unglücklicher verlauf für spieler 3 ähm ja dass ich gar kein stück kreuz habe und jetzt war die 20er drückung natürlich ähm gefühlt katastrophal zweimal kommt aus ass dame immer auf und er hat jedes mal nur die doppellusche drin und die dame macht immer den stich also ein kurioser verlauf ganz selten auch gesehen muss man sagen ähm ja läuft also auch nicht bei spieler 3 so ich habe hier 18 und jetzt habe ich hier nochmal 20 gesagt ähm wo ich nur den 1 karo habe ne ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen grenzwertig aber irgendwie du musst ein bisschen was mal drehen ähm wenn hier noch was passieren soll vielleicht ja hier auch mal der sechste trumpf drin es kann sogar zum 0 werden also wir haben 20 gesagt ich hatte gar nicht die riesen Hoffnung ich bekomme es aber für 20 und jetzt liegt gar nicht mal übel das pik erst drin und jetzt haben wir ja entweder 0 den man überlegen kann da haben wir eine faule entweder sowas wie karo 7 bube oder kreuz 7 könig ja oder machen wir dann bei 20 eben doch das pik spiel ne machen wir doch das pik spiel mit beiden vollen ich mache jetzt das pik spiel ich finde der sieht gar nicht so schlecht aus beide trumpf volle 6 trümpfer mit dem ass noch an der seite tja jetzt treffen sie gleich herz das ist natürlich schade wäre besser ich hätte in dem fall herz unten und nicht kreuz oder sie hat ein kreuz getroffen hier werfe ich ab äh 28 39 ja jetzt darf trumpf halt trumpf da muss jetzt halt sauber stehen das ist ja klar also wenn ich den eben stecht dann bringe ich mich noch mehr in teufels küche trumpf darf jetzt nicht zu viert stehen ist trump 10 jetzt hier eine option nein ist es nicht dann kommen sie schon auf über 50 sie dürfen halt nur ja und da ist es passiert trumpf steht zu viert trumpf steht zu viert dann können wir uns leider natürlich wieder überhaupt nicht wehren in dem spot und letztlich muss man hier sagen ich habe in dem spiel vielleicht also vielleicht ich habe sogar eine ganz gute chance wenn ich jetzt andersrum drückt jetzt hat ausgerechnet der spieler der vier trümpfe hat herz ass 10 könig noch mit dabei und zieht halt herz ass 10 wenn ich jetzt die vier augen in kreuz die null augen in herz gedrückt habe steche ich erstmal mit dem trumpf ass das herz ass ab und dann ist natürlich mit offenen karten das spiel sicher immer noch tot aber mit verdeckten karten kann man das dann vielleicht lösen ja jetzt ist es halt wieder passiert nachdem die liste sich sogar noch recht wohlwollend entwickelt hatte nach dem verlorenen krank passiert hier noch wieder so ein unglück ja die 20 waren natürlich auch ein bisschen frivol andererseits wie gesagt wir wollten noch oben angreifen und es zeigt sich immer deutlicher in diesem turnier gehen meine angriffe einfach irgendwie ins leere beziehungsweise sogar richtig krass nach hinten los ähm gut können wir an sich wohlwollend positiv sagen spiel 20 hätte man ja auch leicht verlieren können den ohne vieren und ein paar andere spiele sind auch gut durchgelaufen aber letztlich an einem guten tag muss halt ein zwei unglücke weniger müssen passieren und wenn ein unglück vorne weniger passiert dann sagst du hier vielleicht auch nicht mehr die 20 und dann lässt du die punkte eben auch noch die minus punkte auch noch liegen nun gut wem sage ich das wie beim skat es bleibt also spannend wollte ich gerade sagen die spannung ist ein bisschen raus trotzdem werde ich euch natürlich auch noch die tage die letzte serie zeigen mit der das ding dann ins ziel gegangen ist wünsche euch jetzt noch einen schönen freitag wünsche euch ein schönes wochenende bleibt vor allen dingen gesund und wie immer gut bleibt